was geht youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren tag hier im cod mai natürlich mit antonio antonio banderas wir sind nämlich das competitive duo deswegen spielen wir jetzt auch gegen zwei übertre jetzt haben wir gegen die schon gespielt auf antons kanal auf jeden fall abchecken leute gegen die schon eine runde stellung eine runde suchen und zerstören gucken wir mal wer am ende die series gewinnen kann wenn ihr wissen wollt wer bei anton gewonnen hat auf jeden fall vorbeischauen wie gesagt und ja also wir spielen jetzt erst eine stellung zwei gegen zwei ist immer sehr intensiv also wenn man da ihr werdet gleich schon das spielprinzip verstehen wenn man da zweimal stirbt also wir beide dann verliert man übelst viele punkte zum beispiel wer zuerst 250 punkte hat gewonnen und ja ich bin mal gespannt so ich nehm die v&p jo ich die hvk diesmal erster hill ist der jetzt in der mitte jetzt haben die getauscht nein die haben ihn in die mitte gemacht erst war er nicht in der mitte glaube ich genau 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 wir müssen direkt in der mitte pushen ok let's go ok sehr schön ja digga er geht nur auf kill oder was macht er digga sauber sauber ich komm von hinten ich komm von hinten ich komm broken die müssten jetzt die müssen bei dir spawnen die müssen labor seite spawnen ja 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 ich schaue labor unten er ist mitte in der stellung einen habe ich sehr gut der andere ist hier vom vom steg vom steg sauber sauber komm hast du ihn hast du ihn kassiert meines lebens ja ok komm 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 jetzt haben wir kurz hilf jetzt haben wir kurz hilf er ist ein top nest top nest ja warte ich lass mich einfach nicht töten ja genau bleib einfach noch drin ok du kannst ihn glaube ich jetzt gleich challengen er ist immer noch oben er macht richtig ernst hab ihn jetzt ein anderer hinter dir hinter dir sauber sauber ok jetzt p2 rein p2 rein komm ich komm warte im lobby hab ich sauber sauber oh mein gott digga hvk hat er ganz ab ok warte ist er schon drin warte ich warte kurz bevor ich reingehe ich hab vorne was ein ok sauber ok komm ich hab warrun ich hab warrun ich lieg hier einfach so weiss ja ja ist gut ist gut vorne sehe ich auch keinen hinten kommt einer hinten hab ich hab ich sehr schön digga ok schön digga jetzt haben wir schön viel zeit ich versche vorne raus ich setze mich vorne auf die dixie close ja ich fahr mit dem k aus der anderen seite raus ja sehr gut ich warte einfach hier perfekt digga ohne Mist ich bin stolz auf dich besser kann man es nicht setupen als wir jetzt die können nichts machen sauber digga die können nichts machen wie viel zeit ist noch in der stellung ich kann das nicht sehen 8,9 sekunden einer kommt warrun hab ich auch oh mein gott noch eine warrun Marcel kannst du raus pushen dank dem call hab ich einfach ich hab einfach sofort gezündet hier die kommen von construction da wo du bist ich geh wieder auf die toiletten die sind beide da die sind beide da die wissen dass ich hier bin die wissen dass ich hier bin ich baite den ganze zeit oh leute was macht der andere mit dem ah er ist hinten er ist hinten er ist weak er ist drin aber er ist viel zu spät ich bin next gespawnt what the fuck digga ich hab ihn noch der alte leute wir haben die schon davor gespielt auf meinem kanal die waren echt nicht easy das ist einfach geil weil Marcel und ich das vor dem setup so gut gespielt haben ohne Mist ich hab ihn gleich Marcel Nein, Digga. Oh, wieder typisch auf meinem Kanal mache ich keine Kills, Digga. Wie immer, Digga. Ah, belastend. Ich hab Braith. Lol, Digga, was machst du mit denen? Digga, das war gerade echt. Aber du hast ihn auch echt einfach gemacht mit dem Setup. So, wo sind die? Okay, ist da und der Allo ist sauber. Jawoll. Okay. Ich spar Braith auch. Ja. Aber ich hau jetzt mal Helster raus. Warte mal. Oh, ah, ich hab... Wir kommen hier von der Seite von... Ich bin... Er ist... Ne, 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 der ist nicht One-Shot. Komm schon. Ah, warte, warte, warte. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab auszusehen Braith rausgehoben. Ich hab Blitzschreck rausgehoben. Egal, egal, egal. Okay, einer steht direkt um die Ecke bei der Mitte. Bei den Ecken. Die nächste. Oh mein Gott, Digga, hab ich ihm gegeben. Hat diese nächste gespawnt? Hab ich einen. Okay, komm, let's go. Hab ihn, hab ihn gleich. Ah, der Raith hat ihn. Im Hill, im Hill. Nicht weak, nicht weak im Hill. Ja, wieder typisch. Ich mach Heatwave. Es juckt ihn nicht. Ey, das ist so behindert, man. Ich hab Scrapgear, du. Nix, der Marcel. Nix ist... Ja. Ja, stimmt. Mein Braith hat noch einen angehettet. Erst One-Shot, der andere im Hill. Ich komme jetzt zu dir. Ich komm von links, Marcel, vom P2. Ah, du bist auch da. Hab ihn, klar. Das ist komplett hinten rum. Ja, ja. Das ist gut. Okay. Du bist jetzt von vorne gekommen, ja. Kannst du Stairs schauen? Vorne hab ich einen. Noch einer für Stairs? Hab ich. Schöner Trade. Ich fahr mit K vorne raus. Ich fahr vorne raus. Okay. Ich schau rechts, ob die kommen. Einen hab ich vorne. Hast du noch einen gesehen vorne? Nee. Ich guck mal Stairs. Vorne kurz raus. Ich seh Stairs keinen. Noch einer vorne. Vorne kommt er. Er kommt jetzt rein. Vielleicht geht er auf Top Last. Kann auch sein. Er ist vorne weak. Er ist One-Shot. Ich hole ihn. Ich geh Next. Der andere wird gleich auch pushen. Der andere wird gleich auch... Er muss eigentlich pushen, der andere. Next hab ich. Okay, komm. Nächstes ist Erste wieder. Du kannst doch nicht raus pushen. Okay. Ich geh unten lang. Ich geh unten lang. Vielleicht kannst du ihn überraschen mit. Noch einer? Wow, One-Shot. One-Shot. Einer ist hinter dir. Hinter dir. Er läuft Stairs hoch. Warte, den hole ich. Ich geh in die Stellung. Kümmere dich um ihn. Wow, Digga. Jetzt kommt er mit Vespa. Hä? Wie ist er da hingekommen? Top Box hab ich. Sauber. Ich nehm auch die Vespa für diesen Hill. Digga, der macht richtig professionelles COD-Spielen. Warte mal. Ich könnte ihn gleich haben. Warren, Warren, hier in der Mitte. Was ist er? Ja, ja. Einer ist noch unten. Lobby. Beide da. Okay. Ah, im Hill. Weak. Ich push die gleich, ich bin Weak. Ich kann mich pushen. Ah, jetzt. Noch einer. So. Ah, hinter der Box. Ich kann's schwer beschreiben. Ja, Heatwaves mich, Digga. Kann ich nix machen. Die werden dann vorne kommen, jetzt muss er. Ja, ich lieg hier mit Vespa. Können eh nicht reinkommen. Ich hab dich hier pre-aimt aus dem Warren. Einer ist vorne. Hab ihn. Einer ist von Warren, glaube ich. Hinter mir irgendwo. Hinten, hinten jetzt. Kannst du ihn holen? Ne, doch nicht. Er hat geglitscht, er hat geglitscht. War... Hab ihn. Noch einer. Warren. Er wird... Ich weiß nicht. Hinten, vorne. Digga, muss aufpassen. Er ist hinten gekommen. Hab ihn. Okay. Die 100 Punkten klappen wir jetzt. Und einer noch seitlich, 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 glaube ich. Oh mein Gott, hab ich ihn zerstört. Oh mein Gott, hab ich ihn... Noch einer vorne. Hab ich? Boah, hab ich den auch richtig geraped. Warte mal. Ich guck mal, wo die Blitzschlags sind. Ähm... Ich streak Mitte. Die sind auf jeden Fall als Nächste gegangen. Ja. Ich bin auf dem Weg Nächste. Ich fahre in K kurz rein, warte. Keiner drin, keiner drin. Du kannst reinkommen. Okay, bin ich drin. Einer ist Top Broken, Marcel. Einer kommt von hier. Von hier. Den habe ich. Sehr schön Top Broken. Ja, der kommt jetzt Mitte. Der kannst du easy up aimen. Ich bin hier im Corner. Soll ich ihn raus pushen? Ich push ihn raus. Ich bin über ihn gesprungen. Ich hab ihn. Der andere ist hier. Der andere ist hier. Ich bait ihn. Der kommt eh außen rum wahrscheinlich. Okay, ich push ihn raus. Ich sehe nichts. Komm Digga. Oh, hätte ich ihn auch noch gegeben. Komm schon. Jawoll. Easy Digga. Oh mein Gott, wir haben die so zerstört. Okay Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt noch im Suchen und Zerstören. Suchen und Zerstören uns angesagt Leute. Wer die Regeln nicht kennt, wer sechs Runden gewinnt, gewinnt das Match. Boah, ich bin hier direkt so. Okay. Ist hier nix? Ne, hier ist einer. Ich verstehe nicht. Ich werde direkt die Bombe planten. Hier ist einer. Er ist unten Warren gegangen. Nein, wie hat er mich noch geholt? Ist runter gefallen, oder? Ne, das war nicht der. Oh, 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 oh. Das war heftig. Ich gönn mir jetzt mal NC Manover Session. Wo wollen wir hinlaufen? Mitte, B. Warte, ich mach B. Ich mach vorsichtig Mitte dann. Okay, okay. Guck mal, ob ich einen Top Broken sehe. Top Broken sehe ich nicht. Beide Mitte. Der andere wird mich jetzt pushen. He, er hat dich gepusht. Was? Wie hat er mich geholt? Das will ich jetzt sehen, Digga. Hat er mich von draußen geholt? Ja, von draußen. Ah, da hättest du nicht so... Ja, von da hat er mich geholt, Digga. Wtf. Aber eigentlich ist das ja perfekt. Man müsste es eigentlich immer so spielen, weil wenn er mich holt, dann kann er dich halt nicht gleichzeitig holen. Carlossa, B-Push machen. Gib mir die Bombe. So, oder? Ja. Wirst du hier mal Plus laufen? Ja. Ich guck kurz Mitte. Ja, ich hab einen guten Slide gemacht. Mitte sehe ich nichts? Er ist direkt hier, aber er... Jawoll, genau, ich wollte gerade sagen, er hat Movement kassiert. Könnte sein, dass er Ding jetzt pusht. Okay, der geht nicht auf den Trade. Ich hab die unfairste Pose. Wollen wir vorlaufen, Richtung A laufen? Lauf drüber durch. Er ist hier, Marcel. Ja. Digga, er wurde so... Er wurde so ausgeknipst, halt, ne? Bei jedem Schluck Wasser, den ich trinke, klecker. Ich wie so'n Bastard. So. Der Arme, Digga. Das Duo können sie nicht besiegen, Anton. Das können sie einfach nicht. Ich kann mit ihr Ends gut zusammenspielen. Es gibt so Spiele, mit denen kann man harmoniert man nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, wir haben schon zusammen gewohnt, Digga. Wir haben schon unsere Schwänze gelutscht. Ich warte. Ich hab einen Karm, Marcel. Ich werde das einsetzen jetzt. Ich fahr vor. Und ich fahr vor. Und war halt. Er ist hinter mir direkt. Ab ihn. Oh mein Gott, Digga. Du hast die Runde so geklatscht, Digga. Ich hätte ihn nicht bekommen. What the fuck, Digga. Wie ist der so schnell geflay? Was? Ja, Digga. Digga, er hat mich so angeschossen. Nice. Ich geh jetzt mal ganz klassisch einfach in den Bunker. Und guck mal, was ich da so sehe. Okay, ich geh mal hier so Mitte. Hättest du nichts gesehen? Ich geh hier lieber raus. Ich guck oben Fenster. Die kommen jetzt bestimmt über A. Ich hab A. Also die kann ich nicht von der Seite hin. B hast du. B meine ich, ja meine ich. Sorry. Ich geh dann Planter einfach mal, würde ich sagen. Warte. Oh, ja. Hinter mir. Top Broken. Er läuft aber in unseren Spawn. Ja, Digga. Mein Gott, ey. Lass beide zu B. Oder beide Mitte, ja. Ich muss noch rübersneaken hier mal so. Ich mach Top Broken mal. Einer ist Mitte, hat geguckt Mitte. Direkt hinter den Baumstamm. Beide sind hier, beide sind hier. Okay, ich spusche ihn. Nein, ich hab ihn nicht, Marcel. Aber einer ist leicht weak. Das Ding ist. Ich kann jetzt. Ich muss jetzt zurück. Ich muss ganz entspannen. Ja, das ist echt. Die kommen jetzt gleich entgegen. Da war der Odenbüttel. Da war der Odenbüttel. Boah, ist das minus. Geil. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hab perfektes Move und alles gehabt, Digga. Ach, du konntest es nicht besser spielen, Digga. Du warst minimal, glaube ich, weak noch vom Ganzen von vorne. Ja, ja. Sonst hättest du ihn geholt. Du hast, glaube ich, so aus der Hüfte den ersten, bis du Schuss gehabt hast. Oh mein Gott, Digga. Boah, Digga. Ja, Unbomb. Krank, Alter. Das wär heftig gewesen. War echt geiler Play. Spielbeladung. Chill kurz. Digga, die wissen noch, dass wir das Pre-Aim. Ich schau mal in die Mitte. Der kommt über A, die Stäbeleide. Die sind hinten irgendwo schön. Ich hab sie, die ist schon. Sauber, Sauber. Komm zu dir. Planter einfach mal, Digga. Leg dich hier in Planter, ich hab sie. Okay. Erst Mitte, Mitte, der andere. Er wird auf den Trade gehen. Komm zu dir. Lass beide in der Runde laufen. Okay, ich komm jetzt. Oh, hier müssen wir die Bombe checken. Nicht, dass er Ninja Player macht wieder. Bombe liegt andere Seite. Bombe ist safe. Erst vor der Bombe. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Perfekt. Sauber. Das ist das alte SND-Brain, da weiß ich genau, wo er kommt. Ich hab noch einen Glitch. Warte, deswegen pushe ich jetzt mal ein bisschen. Ich hab noch einen Sturm mit wahrscheinlich, ne? Dann zerfie ich dich vom Fenster aus. Hast du noch niemand gesehen? Mhm, die sind auf A. Ja, wir machen einen A-Push. Ich bin gleich hinter dir. Mach unten neben Vorwalt Marcel. Ja, ich fäll runter. Alles klar. Ich hab auch unten gemacht, aber bei mir hat's nicht funktioniert. Kannst du das 1v2 klatschen zum... Ja, Digga, das war unmöglich. Du warst so ein Sandwich. Ja... Ich hätte auch dran gehen müssen, um eine Chance zu haben. Ja... Ich hätte nicht so dumm. Ich hab's gechockt. Guck mal, er war schon durch bei A. Ich wusste es. Nice aim. Oder ich wäre rausgesprungen da und hätte ihm nicht gegeben. Keine Sorgen, Anton, du brauchst jetzt keine Minderwertigkeitskomplexe zu bekommen. Das war unmöglich. Du kannst einfach mal vorsichtig spielen. Einfach mal auf Peaks gehen. Okay, warte, dann muss ich aber die Waffen wechseln. Okay, gegen noch. Auf Peaks meinst du, oder? Peaks, Peaks. Oh, einer kommt hier bei dir. Ich weiß. Noch einer vorne, Marcel? Er ist One-Shot, er ist One-Shot. Wird wahrscheinlich hinterlaufen. Ne. Ich warte ihn jetzt hier einfach ab. T-Dogs. Nice. Perfekt. So done. Dann. Gut, Leute. Ich würde sagen, mit den Gegnern, das war es komplett. Guck mal bitte, wie ich ihn gelesen habe. Der hat ja den Arm. Und da kommt er jetzt auch gleich. Und der hat auch ziemlich schnell kassiert, glaube ich. Da habe ich jetzt nicht ultra gechaubt. Jetzt kommt er wohl. Okay, Leute. 500k da. Die 500k-Leitung ist am Start. Lasst ein Like da, Leute, für das Video. Würde ich mich drüber freuen, wenn ihr morgen auch wieder einschalten würdet. Am nächsten Tag im Mai. Okay. Ich bin raus für heute. Guckt bei Anton vorbei. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.